Hey Leute, ich bin's mal wieder, Momo von Audit46.de und heute haben wir mal wieder ein Sneaker Review für euch. Im heutigen Sneaker Review gibt's den Essex G-Lite 3 zu sehen. Viel Spaß! Das geilste bei den G-Lite Modellen ist, dass die Sohle für einen wirklich perfekten Komfort sorgt. Also wer viel Wert auf Bequemlichkeit legt, ist bei dem Sneaker genau richtig. Außerdem hat der Sneaker eine gespaltene Lasche, die für eine wirklich angenehme und gepolsterte Passform sorgt. Das Design vom Essex G-Lite 3 bei uns hier im Review in grün ist eher ausgefallen, also schon sehr auffällig. Gerade in diesem grünen Ton, da mit der dunkelblau-weiß Kombi gefällt mir persönlich richtig gut. Also wer auf so auffällige Schuhe steht, für den ist hier auf jeden Fall was dabei. So Freunde, das war's auch schon wieder mit den Nahaufnahmen. Jetzt folgen wir mal die On-Feed-Aufnahmen. Ich hoffe, euch hat das Review gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer ein Like da und abonniert unseren Kanal. Ciao und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.